Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute unterwegs auf der fünften Etappe des Saarland-Rundwanderwegs. Die Etappe verläuft von Orschholz bis nach Briten. Wenn ihr wissen wollt, wie diese 20 Kilometer so sind, dann bleibt dran. Guten Morgen aus dem schönen Orschholz. Guten Morgen. Musik Zwei 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 Das war's für heute. Zitzen, die Zitzen, die Zitzen und die Zitzen sind. Zähne Zähne Kupfer Päin Kupfer Päin Kupfer Päin Päin Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Da steht übrigens Pederburg. So, ich habe Pederburg gefunden, das scheint ein Born zu sein, also eine Quelle. So, ich habe Pederburg, das ist ein Schmarrer und das ist ein Schmarrer. Untertitelung im Auftrag des ZDF Zitzen Noch etwa zwei Kilometer, dann sind wir auch schon wieder am Auto. Die Tour hat uns heute richtig gut gefallen, vor allem wegen den vielen schmalen Pfaden und am Anfang den Ausblick auf die schöne Saarschleife an der Glöw. Wenn euch diese Wanderung bzw. diese Etappe gefallen hat, würden wir uns über Kommentare sowie über einen Daumen hoch sehr freuen. Also, bis dann, ciao, ciao! Ciao! Tschö und bis nächste Woche! Tschö und bis nächste Woche! Tschö und bis nächste Woche! Tschö und bis nächstes Woche! Ciao! Bis zum nächsten Mal.